Die Geschichte über ein klüges Hündchen Slatik und darüber, wie er sprechen gelernt hat. Eines Tages saß das kleine Hündchen Slatik vor dem Fernseher. Es schaute seine Lieblingssendung in der Welt der Tiere und dachte, es ist sehr interessant, warum die Menschen sprechen können und Tiere nicht. Plötzlich blitzte es auf. Aber der Fernseher spricht auch nicht, wenn er mit der Steckdose nicht verbunden ist. Wenn ich mich in die Steckdose stecke, würde ich vielleicht zu sprechen anfangen. Der kleine Slatik stellte sofort seine kleine Hündchen in die Steckdose hinein.